Ähm, die war hier eben am Stand, oh, Moment, da ist er, oh, Moment, hoppala, naja, das wollte ich nicht, genau, so, dann beobachten wir die mal, hoppala, falschrum, hm, muss ich mit der sprechen, oder irgendwie sowas, das wäre nämlich sehr komisch, so, in der Zwischenzeit tue ich mal gerade mein Gamepad mit Strom, so, ah, okay, die macht nichts, dann spreche ich mit, nein, das wollte ich nicht, spreche ich mal mit der, schleich dich, so, Na komm, tu was Komm schon, komm schon, Okay, Ich glaube, die will das jetzt nicht machen, muss ich sonst noch irgendwas triggern, damit es funktioniert, Hm, 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 hm. Na, kommt schon. Hallo? Okay, sie will nicht. Ja, aber ich bin doch schon hier. Soll ich was anderes machen? Komm, ich will dir folgen. Komm schon. Na, komm schon. Mensch, Mädel, geh weg. Ah, sie will nicht. Okay. Dann gehe ich mal ins Auktionshaus. Mal zu gucken, was sie jetzt da haben. Ja, ich möchte wieder teilnehmen. Ja, komm mal. Ja, komm schon. Und? Ha, ein Herzteil. Habe ich eben auch noch gesagt. Ah, wie cool. Was? 80 ist aber krass. Boah, verdammt. Ich habe nur 140. Okay, der nächste ist 92. Okay, der nächste ist 92. Ha, okidoki. Ja, geht nicht zu hoch. Ich habe nur 140. Ich habe nur 40. Nein. Mensch, Leute. Nicht zu viel. Zu viel Rubin habe ich nicht. Haha. Oh, Mann. Boah, jetzt wird es langsam aber echt knapp mit den Rubin. Oh, verdammt. Oh, jetzt wird es knapp. Ich glaube, das kriege ich nicht. Und das war's. Das kann ich nicht mehr schaffen. Oh, verdammt. Ja, ich muss aussteigen. Ich muss leider aussteigen. Ich bin zu arm. Du Mädel willst nichts tun. Okay, also eine Riesenkrake. Aber die, der hat uns nichts gesagt wegen dem Wind. Vielleicht der Typ, der hier oben irgendwo war. Oh, falsch rum. Ja, die sind hier falsch rum. Ach, das war ich. So, du nicht. Wahrscheinlich, oder? Ich glaube, ich habe ja schon das. Hm. Wo können wir denn noch mehr Info? Also, wir haben Info von einer Riesenkrake. Das schon mal. Hm. Hm. Okay. Genau. Dahin. So, wo ist das Rad? Das Rad, das Rad. Ja, ja. Komm runter. Schön. So, das ist doch bestimmt hier gewesen. Wenn ich mich nicht irre. So, 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 so. Ah, so hoch. Mensch. So, dann können wir nämlich da hoch. Und dann mal gucken, was da oben ist. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Okay. So, jetzt mal schnell wieder hoch. So, Riesenkrake. Das ist aber bestimmt nicht an der anderen Stelle. Oder vielleicht ist jetzt auch die Riesenkrake erst freigeschaltet. Aber das glaube ich irgendwie nicht. Ah, stimmt. Treppen kann ich ja nicht hochrollen. Jetzt bin ich mal gespannt, was da oben ist. Ein Herzteil vielleicht. Äh, meint, hast du noch was zu sagen? Jetzt, wo es sich dreht. Okay. Jep. Nein. Er wollte doch gerade in dem Moment hochspringen. Okay. So, was steht hier? Gebiete, äh, Gebiete des feuerbringenden Bogens. Äh, feuerbringender Bogen habe ich, glaube ich, nicht. Äh, das sieht schlecht aus. Das wollte ich gar nicht. Das tat weh. So, dann mal weiter gucken. Äh, nein. Nein. Auch nicht. Nicht. So, wir müssen jetzt was machen. Komm schon. Mach was. Mensch. Endel. Boah, warum ist der so empfindlich? Ja, komm schon. Tu etwas, bitte. Irgendetwas. Okay, sie will nicht. Jetzt haben wir die Krake. Oh. Hier ist Post. Jetzt gibt's Neues. Äh. Äh. Äh, ja. Man kann's ja brav. Ja, immerhin. 201 Ruine, alter Schwede, ist das da. So, hast du noch irgendwas zu sagen? Ja, aber da war ich doch. Oder habe ich irgendwas falsch? Was? Ah. Oder muss ich echt zu einem Tempel hier unten? Erst. Das glaube ich auch nicht. Habe ich vielleicht denn irgendwas, was ich da hätte, hätte ich die Bomben vielleicht gegenschmeißen können? Wenn Ente haken. Versuchen wir es mal gerade. Ansonsten gehe ich nochmal zum anderen. Karte mal wieder. So, dann versuchen wir nochmal. Ja, direkt beim ersten Mal. So, bitte jetzt so 500 Rubinen oder so. Könnte ich nämlich super gut gebrauchen. Ah, nein. Okay, ich gehe mal kurz wieder zurück. Die Post abholen. Ah, wie cool. Jetzt wird doch nicht langsamer. Och, das ist nicht dein Ernst. Der... Auch witzig, dass der dann nicht einfach da drauf stehen bleibt, erst mal. Ja. Ja. Okay. Nehmen wir ja gerade mal. Okay. Es springen bloß nicht zu weit. Nein! Mensch, spring doch nicht über dein Boot. Okay, jetzt nochmal dahin. Wo immer es ist, da ist es. Okay, also wir könnten jetzt eine Bombe dagegen werfen. Was noch? Der Enterhaken vielleicht. Was ich aber nicht glaube. Vielleicht mit der Schiffskanone? Hm. Oder vielleicht muss ich das komische Schiff, was davor ist, kaputt machen. Kann natürlich auch sein. Boah, wieder perfekt. Ja, das könnte ich auch gut gebrauchen. Oh, da ist einer. Moment, jetzt muss ich mal gerade gucken. Boah, bitte sag mir, ich habe noch was zu essen. Oh, ich habe noch was zu essen. So, vielleicht hat er nämlich einen Tipp. Vielen Dank.